Willkommen zu einer weiteren Runde. Okay, und wenn ich da schon wieder... Oh, Leute. Schumi hatten wir eben. Panzerschwede hatten wir. Watten hatten wir da. Karl Friedrich und Bea sind, glaube ich, die einzigen Neuen hier. Oh, what the fuck. Ich bin aber auch scheiße gerade. Jetzt erklärt mir mal, warum ich zerstört wurde, aber ehrlich... Wir hatten doch auch berührt, oder nicht? Ich war auch gerade am Boosten. Ich habe mir fast gedacht. Das sah für mich fast so aus, als ob er gerade ein Tor wollte, damit die Schussbahn frei ist. Also mich zerstören quasi. Hat nicht so wirklich mitgeschickt, dass ich... Oh, alter. Kann ja nicht mal meinem Team sein hier. Wieso mache ich das überhaupt, ey? Meine Herren. Schön geblockt von Schumi. Okay. Ich war für dich. Oof. Ach, Mann. 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 selbst sonne dinger mache ich nicht wall Jo Erntreffer Er geht aber auch dezent auf den Sack Erntreffer Erntreffer Das war's. Hinkommen schon. Geil. Wow. KI rettet uns den Arsch. Hehehe. Sade. Hätte er klappen können. Nein, Carl! Ah! 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 Nee! Wäre schön, wenn ich nochmal einen Sieg irgendwie holen würde. Oh, nee! Bin ich orange? Ich bin orange! Ich hab Chancen. Ja! Bea wieder. Carl Friedrich. MTA sagt mir jetzt erstmal nichts. Yo! Nice! Oh, B hat's gleich wieder. Oh, Carl Friedrich ist so groß. Wahrscheinlich haben sie die Gegnernamen wieder gesehen und dachten sich so... Jo! Okay, das war's schon. Ich glaub, das zählt dann nicht wirklich, oder? Jo! Hehehe! Hehehe! Scheiße! Ich war besser als Panzerschwerter. Ich war besser als Panzerschwerter. Hehehe! Hehehe! Ah, schön! So, jetzt will ich aber auch mal sehen, ob das jetzt als Sieg hier zählt? Ah, nee, das waren ja fünf Wettkampf. Aber es zählt nicht, hiermit verhindere, dass das Gegenteam in zwei anderen wie ein Tor schießt. Da hatte ich schon eins. Wäre jetzt eigentlich das zweite gewesen, aber war zu kurz einfach. Naja, war jetzt nicht so der Burner hier. Und ich habe so ein bisschen Angst, die guten Kisten jetzt zu benutzen. Und dann kommt genau wieder so ein Beitritt. Oh, wo bin ich? Bei Panzerschwede und Ding. Ach, die sind sogar in einem Team. Da haben die sich erst zusammengeschlossen. Kann auch sein. Nein! 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 Ok, keine Ahnung wie. Oh, die ist schon wieder raus! Bär ist auch gleich wieder raus Es sind echt immer dieselben Namen Das ist Wahnsinn, ey Als ob jetzt hier nur Ein Dutzend Spieler Hockey spielen Oh, nice Jetzt schaut gleich wieder raus Ey, Hammer Bea wieder rin Bea geht bestimmt gleich wieder raus Also scheint es ja wirklich nur Jetzt irgendwie dieses Mesh zu geben oder was? Jetzt kommt der Ja, da sieh ich schon wieder, René Das ist sus, go Ja, da sieh ich schon wieder raus Weil, das ist immer noch sehr Ja, da sieh ich schon wieder raus Ja, da sieh ich schon wieder raus Ja, da sieh ich schon wieder raus Oh shit. Recht Abwehr von mir. Ja. Ich lese bei dem Cypher immer Schufa, warum auch immer. Ich wollte jetzt gerade schon sorry machen. Das war sehr gut. Okay. Ah, verdammt. Sehr schön. Jetzt habe ich aber Bock, auch nochmal einen Versuch zu starten. Noch eine Folge. Spitze wird angemeldet. Bis denn.